Hallo alle zusammen, heute habe ich mal ein etwas anderes Video für euch und zwar die American Candy Challenge. Und da Süßigkeiten essen alleine nur halb so viel Spaß macht, habe ich mir heute meine Schüssel eingeladen. Hier unten quäkt mein Kind, die kleine Elena. Wir versuchen sie nicht mit ins Bild zu bringen. Also wenn ihr Babygeschrei hört, dann ist das meine Tochter. Ich habe hier den ganzen Beutel voller amerikanischer Süßigkeiten. Habe ich online bestellt und den Shop verlinke ich euch unten mal, da könnt ihr mal gucken. Und wir machen es so, wir mischen das Ganze mal. Und dann greift jeder von uns abwechselnd rein und dann probieren wir das Ganze. Und da du mein Gast bist, darfst du anfangen. So, dann greif mal rein. Wir haben hier Everlasting Gobstopper. Huh, ich nehme Rot. Ich nehme Rot. Ich nehme Leder Rot. Oh, ich nehme Rot. Ich kann ja auch mal essen, ich nehme die zum ersten Mal. Die neun Stücke haben 60 Kalorien. Okay, ich gehe hier drauf. Okay, nächstes. Oh, Gott. Oh. Hershey's Cookies and Cream. Schokolade. So sieht die aus. Okay. Fein. Ja. Riecht mein gut. Oder? Na dann. Chin Chin. Hallo. Gut, ne? Ist lecker. Wie wie Oreo. Das sind jetzt Red Hots. Cinnamon-Flavored Candy. Die sehen erst mal so aus. Relativ klein. Hier. Hier hat er zwei. Bitteschön. Okay. Eins, zwei, drei. Hopp. Doch, ist ja das lustig. Das lieb ja Zimt. Boah. Nehme eins. Okay, warte, hier. Ich habe davon noch mehr. Jolly Ranch, glaube ich, heißt das. Also, ich habe zweimal. Einmal Apfel. Grüner Apfel. Und einmal Wassermelone. Ich habe das Wassermelone. Tja, meine ist grün. Das ist rot. Naja. Ich bin wieder toll. Oh, ich nehme mal das Glööse. Die sind voll lecker. Und das. Juhu. Was rein mit dir? Das ist lecker, oder? Schmeckt, ne? Ich kann die ganze Packung essen. Also, das wird total lecker. Schön mit Karamell in drin. Klebt schon in den Fällen. Ja. Und außenrum lecker voll mit Schokolade. Jawbusters Candy. Die sehen so aus. So klein. Na los. Ich koste mal Lila. Ich nehme mal Grün. Und Rot. Also hot. Also man braucht gut Zähne bei den Süßigkeiten. Zahm, das freut sich. Aua. Aua, lecker. Kann man essen. Muss man nie. Aber kann man essen. Das ist wie zu fahren, oder? Ich hab noch zu viel. Für das Grüne. Was ist hier drauf? Luffy Taffy oder Luffy Taffy. Genau. Blue Raspberry. Also. Brombeere. Ich glaube, das ist Brombeere. Na los. Ach, schau, das kommt nicht auf. Guck mal. Boah, ist das Kaugummi? Weiß ich nicht. Ne, ist das Kaugummi. Schön wein. Sauer, oder? Bisschen sauer. Ja. Ja. Ich finde das lecker. Boah, ne, ist das zu sauer. Echt? Ich bin noch geschehen. Ich hab das Gefühl. Kaugummi. Oh, das ist Kaugummi. Wirst du? Mhm. Ja. Oh. Ich bin noch geschehen. Oh. Und nochmal sowas. Davon hab ich jetzt plus eins. Oh, das können wir uns ja teilen. Das ist so ein Luffy Taffy Strawberry. Oh, Summer. Das ist so. Ich nehm mal die anderen Stöpfel. Und guck mich aus, wie ein Ding. Oh. Das riecht wie Zuckerwanne. Ne. Na, wie Mauern. Mhm. Wie Mauern. Konzentenslich. Schmeckt aber nicht wie Mauern. Schmeckt künstlich. Total. Boah, das gefühl ich echt belastet. Oh, ich kann das nicht. Ne, das möchte ich mir auch nicht. Dafür würdest du ein Autoreifen nehmen. Boston Baked Beans. Da müssen wir schrumpfen. Und zwar Candy Coated Peanuts. Mal eine kleine Bohne. Das ist schmink. Das ist nicht Nüsse. Das ist nicht Nüsse. Ja. Ich bin ja da. Candy Coated Peanuts. Wer Nüsse mag. Yeah. Peanut Butter Cups von Reese's. Willst du erinnern, was war mir in's einteilen? Mit. Na dann. Chin Chin. Haut mich nicht um. Hatte ich noch nie geile an Erinnerung. Einfach ziehen. Gezogen. Was ist das? Twizzlers. Und zwar in Strawberry. Süße Lakritze. Süße Lakritze ist das. Gott. Au. Gefühle ich als ein Schnürschenkel. Das wird da gar nichts. Du hast nicht den Herdbeeren schmack. Genau du sagst. Nehm ich jetzt. Ne, ich hatte öff. Oh, durchgefallen. Oh, ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut. Nicht zu empfehlen. Low Fat Snack Fleisch. Vielleicht liegt es daran. Oh. Ne, also das schmeckt echt kacke. Chewy Lemonhead Fruit Mix. Und zwar so. Was sieht das aus? Oh Gott. Rot. Mahlzeit. Das sind jetzt R-Nerds. In das Grüne ist Watermelon. Cherry. Sherry, Sherry Lady. Welcome to a motion. Ha 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 ha. Schön groß an den Farbstoffeln. Riech mal. Und an den Konserviertenstoffen. Sieh mal in meiner Zunge. Oh. Ich esse das Grün. Ich auch. Hast du schmecken? Hm. Die Konsistenz ist ein bisschen bläh. Also wenn man irgendwie Mehl auf der Zunge, oder? Läst dich so ganz komisch auf. Aber man sieht's geil. Rot, oder? Wie das gefrohene Pussy-Eiz. Ja, ja, ja. Ne? Mhm. 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 Ja, sauer. Mhm. Ja, sauer. Mhm. Das ist sauer. Mhm. Jetzt find ich beiden lecker. Aber die Wassermelone find ich das lecker. Die. Mhm. Letztes. Top Tamales. Also. Das ist dann inhaliert. Intensiv. Also riechen tut's schon mal gut. Hm. Sieht aus wie ein Torpedo. Na los. Lass's dir schmecken. Ich bin raus. Schlimme Kindheitsänderung. Schlimme Kindheitsänderung. Oh. Oh. Das ist so schau. Hahaha. Ich bin schon mal ob ich ausgespuckt habe. Aber ich esse es nicht. Sorry, ich bin raus. Du kannst es gerne nochmal probieren. Aber oh. Schön, dass... Oh, ich hab abgebissen. Aber jetzt mich gehockt. Oh. Ne, es geht. Ne. Hier. Wenn man sich immer dran gewöhnt hat. Ne. Ach. Machst du meine Zwitsa am leckersten? Äh, so. Hörschies. Hörschies. Also wir fanden beide das. Ja. Am leckersten. Und dann auf jeden Fall die Mülltas. Und beide Fälle. Und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr weitere Videos mit meiner Schwester sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, euch das Video anzugucken, wie wir die Süßigkeiten zu essen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und ihr seht mich dann im nächsten Video wieder. Tschüss. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap.